Guten Morgen zusammen bei den LernSnacks. Heute möchte ich dir erklären, wie du bei Logineo NRW LMS Schüler in deine Kurse einschreiben kannst. Und zwar entweder ganze Gruppen oder einzelne Schüler. Lass uns loslegen. Viel Spaß dabei. Ich gehe jetzt mal gerade diesen Umweg über die Moodle-App. Wenn du die Moodle-App nämlich benutzt, dann musst du unten auf die Einstellungen gehen und dann Website im Browser anzeigen. So. Und dann siehst du hier deine Kurse, dein Dashboard und dann gehst du auf den Kurs, wo du Benutzer einschreiben möchtest. Zum Beispiel jetzt hier den 08a.org. Dann gehst du auf Teilnehmerinnen, Nutzerinnen einschreiben und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder suchst du nach Benutzern. Jetzt kann ich hier zum Beispiel Max-Muster und Herrn-Muster sehen. Könnte ich also einen von den beiden auswählen. Jetzt nehme ich mal hier zum Beispiel Herr-Muster. Kann ihm noch eine Rolle zuweisen. Und könnte ihn dann einschreiben. Man kann auch hier alte Benutzerbewertungen herstellen. Kann sagen, ab wann. Teilnahmedauer unbegrenzt. Einschreibe Ende. Also wenn er nur eine bestimmte Zeit als Gast da sein soll. Die zweite Möglichkeit ist, dass du über Gruppe, alle aktuellen Mitglieder der globalen Gruppe einschreiben gehst. So. Und dann gehst du zum Beispiel hin und wählst dir eine Gruppe, die du hast. Wählst dir aus. Ausgewählte Nutzerinnen und globale Gruppe einschreiben. Dann kann man hier unten auch schon die Benutzer sehen. Dann kann ich hier auf Einschreiben gehen. Ausgewählte Benutzer einschreiben. Und dann werden die halt eben der Gruppe hinzugefügt. Ist eigentlich denkbar einfach. Deshalb danke ich dir fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch einen Daumen hoch. Teil das Video gerne mit deinen Kollegen. Und dann hoffe ich, dass ihr gesund bleibt. Und wir sehen uns das nächste Mal bei den Lernsnacks. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.